So, Leute, da bin ich wieder gerade kurz auf der Map geschmiert, weil durch... Alles klar, wo mein Spächer voll war, aber ich hab's nur herausgefunden, dass der Weg nach unten irgendwo anders hier drin war. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Okay, da war das da und dann kam das da. Da war mir nix mehr. Okay. Weil irgendwo war das noch hundertprozentig. Ich weiß aber nicht mehr wo und dann untersuch ich jetzt ein bisschen. Und ja, da war auch nix. Also ein Blick geht jetzt mal da rein. Da sollte auch nix sein. Nee. Nee, auch nix. Noch eine Chance da. Aber, hä? Ich hab noch irgendwas gesehen noch gestern, das weiß ich noch. Okay, hier war ja das, das Ende und das Ende. Da ist auch nix. Und hier noch. War da noch was? Ah, nee, hier war ja noch das da. Aber irgendwo hab ich das gesehen. Hundertprozentig, Leute. Ey, das gibt's doch nicht. Hä? Halt dich immer nochmal nach oben. So. So, kurz nach oben gehen. War hier noch irgendwas? Nee, hier war nix. Oh Gott. Nice. Ähm. So, jetzt bin ich wieder hier. Aber warte mal. Ist da oben auch noch etwas? Oh, warte mal. Okay, ich dachte schon jetzt. So, kurz. Oh. Hilfe. Wollt's hochgehen? Wie ist das überall Sand? Hier ist auch nix. Irgendwo hab ich noch irgendwas gesehen. Oder, hä? Was ist jetzt los hier, Leute? Hilfe. Äh, geh ich mal kurz runter? Hä? Ich hab noch irgendwo was gesehen. Wenn es nicht mehr ist, dann geh ich jetzt weiter. Wenn da noch irgendwas ist. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch irgendwas seht. Weil das würde mich interessieren jetzt. Ich wollte noch, oh Gott, ein paar OP-Sachen mitnehmen. Aber, hä? Wird man noch sicher, dass da irgendwas war. Aber, aber egal. So, okay. Dann würde ich sagen, geh erstmal raus, jetzt. Mal gucken, ob die Wüste lang ist und ich noch irgendeinen Teil finde. Also, das würde ich dann... Das wäre so geil. Ein bisschen der Quinten. So, dann halt mal da bleiben. Und die Hose. Okay, dann muss ich ein bisschen bewahren. Den Trank. Noch ein Trank. Noch ein Trank. Die Axtmacherfahrer. All was OP ist da unten hin. Das Buch und noch ein paar Fackeln. Okay, Leute. Das ist der Markbaum. Äh, Markbaum. Okay, der kommt auch aus meinem Mark. Ähm. Mal merken. Hier, Leute. Ich mach einfach meinen Spawnpoint hin. So. Genau hier vor. Dann weiß ich auch... Oh Gott. Spawnpoint. Okay, nice. So, haben wir noch ein bisschen Essen? Ich brauch Essen. Die will ich jetzt nicht mal braten. Aber okay, dann warten wir erstmal. Oh nein, ich traubt das Essen. Nee, das war kein Essen. Schade. Nee, 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 Leute. Das weiß ich. Was ist das für... Oder? Wartet mal kurz. Wie lange dauert das denn noch? Okay. Das ist jetzt aber nicht gespawnt. Man kann nicht mehr weitergehen. So. Treibt dann. Nein, ich brauch... Ich brauch Essen, Leute. Okay, ich kann jetzt kurz eine Suppe machen. Ich brauche einfach Essen. Mann, die Dinger nerven immer. So, wenn ich kann, wir sagen, gehen wir mal in der Richtung. Verlegt das. Okay. Wie lange geht die Aufnahme überhaupt? Äh, okay. Ja, aber kann man noch ein bisschen. Ja, geht doch ein bisschen. Hier ist das... Das kenne ich noch von... Hier, wie heißt das? Mit meinem Geschmack. Da brauchen wir sowas. Oh. Wie so ein Honigding. Da. Wie ein... Äh, Nest. Aber ich geh weiter. Ich brauch Essen und OP-Sachen. Dann ist alles gut. Nee, es geht nicht. Och Mann, ich muss irgendwie was essen. Muss irgendwas essen, Leute. Bittest du noch irgend so was? Och Mann. Ich brauch da irgendetwas, Leute. Irgendetwas. Das war's doch schon. Ich brauch auch irgendwas so... Oh, ich brauch irgendwas so... Oh, ich mach die... Okay, das geht noch. Aufsache, ich hab essen. Oh, noch so ein geiler Baum. Und das ist Ding wieder. Aber... Oh, geil! Äh, aber ich brauch so ein OP-Ding. Was besser? Also ein Scheiß-Baum. Okay, dann geh ich mal erstmal in der Richtung. Und gucken, ob da was ist. Wenn wir was finden heute, der macht das jetzt in der nächsten Folge. Weil ich will jetzt nicht so viel verraten. Und morgen ist das Spender dann noch. Oh, okay. So. Wo ist denn denn noch was? Oh Gott, okay, es lebt. Nice. Was ist das denn da? Ist das Essen? Geil! Okay, wir sagen, geh ich jetzt mal... Oh, noch was. Komm, das Essen? Nee, auch nicht. Okay, geil. Äh, so. Ah, noch sowas. Nice. Oh! Oh, 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 oh. Ist das jetzt ein neues? Ja, ja. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Hilfe. Das ist geil. Okay, Leute, ich guck doch nicht in eine Truhe rein. Ich geh nur noch... Noch eins! LOL! LOL, wie geil ist das denn bitte? Alter, ist das geil. Okay, wir sagen, geh ich mal da rein. Ich muss mir irgendeine Spur machen, dass da auch noch was ist. Muss ich irgendein Ding hier hin machen, dass das dahin zeigt. Alter, ist das... Leute, ist das aber so geil. Ich freue mich wieder gerade wirklich. Okay, ich muss sagen, geh ich mal runter. Aber guck mal, ein bisschen in die Truhe rein. Ich will mir noch ein bisschen Zeit. Ich nehme noch ungefähr fünf Minuten auf. Alter! Okay. Huh? Oh nice, okay. Ich dachte, da wäre schon nichts, aber da ist noch was. Oh mein Gott, Leute. Das ist einfach so geil. Skelettspawner? Aber egal. Rein, 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 rein. Schnell abbauen, schnell abbauen, wo ist der? Okay, da ist noch nichts. Da ist eine Truhe. Ja, Nahrung. Auf jeden Fall, immer gerne. Apfel, Nahrung auch. Okay, ich gehe weiter. Hier ist nichts mehr. Etwa Kuchen essen, ey. So. Okay, ist da noch in der Richtung was? Oh Gott. Ähm. Nein, da ist nichts. War das halt ein Weg? Deswegen war es so wie ein Weg. Jetzt ist es ein Weg. So, was meinte ich? Das war auch die Wort der anderen, glaube ich. Och, du Scheiße. Leute. Alter, wie geil. Leute. Das wird ein... Ich weiß nicht. Ich kann das nicht beschreiben. Ich kann das einfach nicht beschreiben. So, um kurz markieren hier. Alter, Leute. Ich kann nicht mehr. Okay, dann gehe ich nächstes Mal rein. Ich lute nur die oberen Truhen jetzt. Nach dieser Truhe beendet die Aufnahme. Und die nächsten machen wir dann morgen. Abbauern, 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 abbauern. Okay, nice, nice, nice. Ja, auf jeden Fall wieder. Bisschen Futter wieder. Und ein Steinschwert. So. Geh mal noch ein bisschen weiter. Das wieder wäre... Oh Gott, Hilfe. Da ist noch ein bisschen Ruhe. Tu, so. Und. Okay, dann habe ich noch zu viel jetzt. Ein Eisenschwert. Ein Eisenschwert. Das ist noch besser. Äh, ein bisschen Brot wieder. Inklusion, Schutz. Ja, okay. Ja, okay. Ich gebe mal in die nächste Tue rein. Und dann beende ich das genau hier. Okay, das ist nur sowas. Schalte, oder? Wie, das ist nur so. Null. Ist da nur eine Truhe? Nee, was los. Ich gehe in den Raum vorbei. Und dann ist es die XXL-Frau, glaube ich. Aber es ist mir egal. Nee. Mein Bett ist kaputt. Nice. Okay. Holz. Okay, Leute. Ja, würde ich sagen. War das von der heutigen Folge von diesem Projekt? Wenn ihr euch gefunden habt, lasst eine kleine Bewertung da. und hier ende ich und dann würde ich sagen, joch. Schönen Wunsch beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein. Ciao.